Kokozi, der Kakao mit Ganoderma. Ein hochwertiges Getränk aus biologisch angebautes, handgepflücktes und fermentiertes Kakaobohnen, Rohrzucker, Ganoderma-Extrakt und Malz ohne künstliche Zusatzstoffe. Es enthält keine künstlichen Aromen oder Geschmacksverstärker. Sie ist einer heißen Schokolade am ähnlichsten. Kakao war schon bei Kolumbus bekannt, aber erst Hernan Cortes entdeckte seine positiven Wirkungen und brachte ihn nach Europa. Cortes bemerkte bei seinen Soldaten, dass ihr Kampfgeist und ihre Ausdauer nach dem Genuss von Kakao zunahmen. Bei den Eingeborenen wurde Kakao auch als Aphrodisiakum verwendet. Kakao ist eine reiche Quelle von Mineralien und Vitaminen. Es enthält über 300 aktive Inhaltsstoffe plus Ganoderma-Extrakt mit seinen 400 aktiven Inhaltsstoffen. Seine starken antioxidativen Eigenschaften spielen eine Rolle bei der Vorbeugung von Gefäß- und Krebserkrankungen und sein geringer Koffeingehalt stimuliert die geistige Aktivität. Sie ist sehr wirksam bei der Wiederherstellung von Kondition, die nach einer Operation oder schweren Krankheit Krankheit geschwächt ist.